Marcel Jansen war in der vergangenen Saison der dienstälteste HSV-Spieler. Seit 2008, als er für 8 Millionen Euro vom FC Bayern in die Hansestadt wechselte, beackerte Jansen die linke Seite der Hamburger. Die Bayern hatten 2007 sogar 6 Millionen Euro mehr bezahlt, um den Linksverteidiger von seinem Heimatklub Borussia Mönchengladbach loszueisen, wo seine Karriere begann. In Gladbach hatte Marcel Jansen sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Am Niederrhein entdeckten ihn auch die Scouts des DFB. Von der U18-Nationalmannschaft schaffte der Außenverteidiger den Sprung in den A-Kader. Die WM in Brasilien verpasste Jansen nur knapp wegen eines Bänderrisses. In Hamburg war Jansen lange unangefochtener Stammspieler. Wegen mehrerer Verletzungen musste er allerdings immer wieder pausieren, kämpfte sich aber stets zurück in die Startelf. Jansen war ein Verteidiger mit Torgefahr. Immer wieder brach der laufstarke Außenverteidiger nach vorne durch und erzielte über 20 Bundesligatore. Im Zuge der Kaderumstellung nach der Saison 2014-15 hat der HSV den auslaufenden Vertrag von Marcel Jansen nicht erneuert. Trotz eines Angebots von Benfica Lissabon und dem FC Everton und trotz seiner noch jungen 29 Jahre beendete er nun überraschend seine Karriere als Profifußballer. Nach sieben Jahren HSV sagt Jansen, ich kann nicht plötzlich ein anderes Wappen küssen.